Santadhunasana, die Stellung der Weisen Santadhunasana. Elena zeigt, wie es geht. Gib die linke Ferse ans Schambein und gib die rechte Ferse über die linke. Dies ist dann Santadhunasana. Gib dabei die Handrücken auf die Knie und die Finger in Chinmudra. Dies ist auch eine schöne Stellung für die Meditation, in der du den Geist ganz nach innen bringst. Die Stellungen der Fasen helfen, dass die Energie aus den unteren Chakras innen gehalten werden und in die höheren Chakras nach oben fließen.